Ich lerne Deutsch. Nummer 2129 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt und auf den Ellbogen gefallen. Das tut so weh. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt und auf den Ellbogen gefallen. Das tut so weh. Ich bin mit dem Fahrrad gestürzt und auf den Ellbogen gefallen. Das tut so weh. Am Donnerstag bin ich wieder zurück. Am Donnerstag bin ich wieder zurück. Der Workshop dauert nur zwei Tage. Einmal im Jahr gönnen wir uns einen gemeinsamen Urlaub an der Nordsee. Das kann uns keiner nehmen. Einmal im Jahr gönnen wir uns einen gemeinsamen Urlaub an der Nordsee. Das kann uns keiner nehmen. Anna liest im Unterricht einen Roman und schreibt eine kurze Zusammenfassung. Mein neues Lied handelt von Sonne, Wind und Meer. Mein neues Lied handelt von Sonne, Wind und Meer. Jeden Morgen kaufe ich mir einen Kaffee und ein frisches Croissant vom Bäcker. Ich sitze auf den Stufen einer mittelalterlichen Festung. 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 Ich habe die ganze Nacht am Computer gespielt und schließlich verloren. Von dieser kleinen Brücke aus habe ich einen guten Blick ins Tal. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Es spielt keine Rolle, wie ich aussehe oder was ich trage. Hauptsache, ich mache meine Arbeit zuverlässig. Es spielt keine Rolle, wie ich aussehe oder was ich trage. Hauptsache, ich mache meine Arbeit zuverlässig. Es spielt keine Rolle, wie ich aussehe oder was ich trage. Hauptsache, ich mache meine Arbeit zuverlässig. An dieser Stelle muss noch etwas geändert werden. Dann bin ich zufrieden damit. An dieser Stelle muss noch etwas geändert werden. Dann bin ich zufrieden damit. An dieser Stelle muss noch etwas geändert werden. Dann bin ich zufrieden damit. Ich finde keinen Parkplatz. Ich bin fremd in dieser Stadt. Ich habe einen neuen Werbevertrag mit einem internationalen Unternehmen abgeschlossen. Ich habe einen neuen Werbevertrag mit einem internationalen Unternehmen abgeschlossen. Bei Fragen zu den Hausaufgaben kann ich mich online an meine Lehrerin wenden. Bei Fragen zu den Hausaufgaben kann ich mich online an meine Lehrerin wenden. Ich werde nicht mehr länger warten. Andrea hat wohl unser Treffen schon wieder vergessen. Ich kann jetzt leider nichts machen. Das Medikament kommt erst morgen. Evelyn kann nicht alles auf dem Globus erkennen. Deshalb schaut sie durch eine Lupe. Evelyn kann nicht alles auf dem Globus erkennen. Deshalb schaut sie durch eine Lupe. Ich bin mir sicher, dass mir auch diese neue Schule gut gefallen wird. Ich bin mir sicher, dass mir auch diese neue Schule gut gefallen wird. Wir wissen genau, was zu tun ist. Wir wissen genau, was zu tun ist. Vor dem Schlafengehen werden die Zähne geputzt. Ich habe einen Igel gefunden. Ist er groß genug, um alleine zu überleben? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und ich bin mir entscheid. Ich mach Hein. Ich bin das sehr